Ja, eyyuhallabhina amanu, kutiba alaikumussiyam, kutiba alaikumussiyamu, kama kutiba alaallabhina min kablikum, laallakum tattaquun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Heute, inshallah wa ta'ala, starten wir eine Serie, die wir, inshallah wa ta'ala, immer im Ramadan fortführen werden oder an bestimmten Fastentagen wie die drei weißen Tage oder die sechs Tage von Shawwal oder der Tag von Arafah, Ashura und so weiter, halt die bekannten Fastentage. Und da werden wir ein Buch behandeln, inshallah wa ta'ala, das über 300 Aussagen beinhaltet über das Fasten, welches uns motivieren soll und uns auch das Fasten erleichtert in Bezug auf, wie haben die früheren gefastet bzw. gehungert. Und da habe ich das Buch von Ibn Abid Dunya Kitab-ul-Jur gestorben, 281 nach der Hijra, also wirklich von den ganz, 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 ganz früheren Gelehrten. Er ist 281 nach der Hijra gestorben, also Pi mal Daumen über 1200 Jahre schon. Und dieser Ibn Abid Dunya hat sehr viele Werke geschrieben, die voller Athar sind, voller Aussagen und voller Überlieferungen. Ob alle authentisch sind oder nicht, da gibt es viele Streitigkeiten unter den Gelehrten, aber uns interessieren die Aussagen. Und auch wenn eine Aussage oder ein Hadith schwach ist, kann man daraus trotzdem sehr viele Nutzen ziehen. Und dieses Buch ist voller Aussagen über die früheren, wie sie gefastet haben oder teilweise auch gehungert haben. Und das Buch wurde natürlich überarbeitet und mit Bemerkungen versehen. Und das Witzige ist, dass der sogenannte Muhakkiq, ein Muhakkiq ist derjenige, der die Manuskripte dann durchliest und die Hadithe sucht, ob sie authentisch oder nicht authentisch sind. Weil der Gelehrte früher einfach drauf losschreibt und ein Muhakkiq ist derjenige, der in Klammern das Buch dann verbessert und aufbessert und so weiter. Und der Muhakkiq dieses Buches heißt, Mohammed Khair Ramadan Yusuf. Und mich hat erfreut, dass der Muhakkiq Ramadan heißt und wir werden dieses Buch oder diese Playlist inschallah auch intensiv in Ramadan behandeln. Und wie gesagt, je nachdem und je nach Fastentage auch einige Aussagen hochladen. Der sogenannte Muhakkiq hat ein Vorwort geschrieben in Bezug auf dieses Buch, Kitab-ul-Jur. Er sagt, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, natürlich wie jedes Buch anfängt, erstmal den Lob aussprechen und die Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah und er wünscht auch Segen für seine Familie und seine Gefährten und alle, die ihm folgen. Dann sagt er wa ba'd. Er sagt, die gewaltigste Sache, die den Sohn Adams vernichtet oder ihn schwächt und ihn zugrunde bringt, ist das Gelüst seines Bauches, also seine Gier zum Essen und Trinken. Und das ist ein sehr schöner Nutzen. Er sagt, denn durch dieses Gelüst wurde Adam und Eva aus dem Paradies geworfen. Wir wissen ja, dass ihnen Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, vom Baum zu essen. Und letztendlich hat sie das Gelüst des Speisens aus dem Paradies geworfen. Es ging darum, es nicht vom Baum und sie haben daraus gegessen. So sagt Fabiha ukhrija Adamu wa Hawwa um in Daril Karar. Also wurde Adam und Hawwa aus dem Haus des Festbleibens, ein Name vom Paradies Daril Karar, ila daril dhulli waliftiqar, zum Haus der Erniedrigung und der Bedürftigkeit. Gemeint ist das diesseits hinausgeschmissen. So hat aber ihr Gelüst sie besiegt und bezwungen, bis sie aus dem Baum, sodass sie vom Baum gegessen haben. Und dann wurde ihre Blöße sichtbar und die Geschichte ist verteilt im Koran in Surat al-Baqarah, in Surat al-A'raf, in Surat al-Sad und so weiter. In Surat al-Taha und so weiter. Dann sagt er, Er sagt, der Bauch oder dein Magen ist, wenn man es näher betrachtet, die Quelle der Gelüste. Und von ihm entstehen die Krankheiten und das ganze Übel. Er sagt, denn danach, wenn du das Gelüst deines Bauches befriedigst, folgen andere Shehawat. Wenn dein Bauch vollgeschlagen ist, kommen die anderen Gelüste. Und zwar sagt er hier, dein Geschlechtsteil wird dann angeregt. Dann möchte es befriedigt werden. Was passiert danach? Dann will man mehr Speise und mehr Geschlechtzwecke. Schädel der Raghbete für den Gehen. Danach kommt das heftige Begehren nach Ansehen und nach Al-Mal, dem Vermögen. Wenn du dann reich geworden bist und viel Geld hast, wozu dich dein Gelüst getrieben hat, was passiert, so wird man umfassender und man übertreibt in Bezug auf das Essen und auf das Trinken. Und dann willst du wieder mehr Vermögen und mehr Ansehen und alle möglichen Dummheiten und Wahnsinn, die der Mensch sich dann in den Kopf setzt. Und alle möglichen Arten von Konkurrenz entstehen dann, weil man immer mehr und mehr und mehr will. Wie Allah es sagte, die Vermehrung hat euch abgelenkt. Also entsteht dann, sagt er, Al-Munafasati wal-Muhassadat, also die verschiedenen Neider entstehen. Wenn du dich jedes Mal voll isst und danach nach Geld hinterher bist und danach nach Frauen hinterher bist oder nach Befriedigung des Geschlechtsteils jedes Mal mehr und mehr und mehr, was passiert ist, entsteht Neid. Auf einmal schaust du zu den anderen, weil du dein Gelüst nicht abbremst. Also entsteht Konkurrenz und Rivalität oder eine Art Wettbewerb gegenüber den anderen. Während du in deinem Neidzyklus bist und immer nach mehr schaust und mehr willst, entsteht dir die Augendienerei. Auf einmal möchtest du dich zeigen. Und dann kommt das Übel der Prahlerei oder die Gefahr und Katastrophe der Prahlerei. Und man will vermehren, was man hat. Und der Stolz und Hochmut entsteht. Danach passiert was. Es rufen sich hervor in dir Al-Higd, der sogenannte Grol wal-Hasad, Neid wal-Adawah, Feindschaft gegenüber deinen anderen Geschwistern. Und dieses verabscheuende Hassgefühl. Danach geht es weiter und weiter und du stürzt dich ins Unrecht. Jetzt, um deine Gelüste zu befriedigen, möchtest du, also du willst sie immer mehr befriedigen, bis du nun das Vermögen oder das Gut, Hab und Gut der anderen in Anbetracht siehst und dahin gehst und dir nimmst, ungerechterweise. Wal-Munkar, was passiert, wenn du deinen gelüstfreien Lauf lässt? Munkar, das Verabscheuliche, rennt du dann hinterher. Wal-Fahsha und die sogenannten Schandtaten, die großen Sünden. Und dann schließt er ab und sagt, wa kullu thalika thamaratu ihmalil ma'idah. Und das alles passiert, weil man seinem Magen vernachlässigt und unachtsam war. Das sind Aussagen der Gelehrten, liebe Geschwister. Das Übel fängt an vom Bauch, von deinem Gelüst, von dem Sattessen. Denn das Sattessen hat einen heftigen Einfluss auf deinen Verstand. Und wir werden noch zu den Aussagen kommen. Und der schöne Satz am Anfang ist ein sehr starker Beweis, dass Adam und Eva aus dem Paradiesgarten, Allahu Akbar, da wo jeder Muslim hin möchte, letztendlich hat sie was da rausgeschmissen, das Gelüst des Speisens und des Trinkens. Das alles passiert, was ich gerade aufgezählt habe, von Neid und Feindschaft und Hass und Groll, weil man seinen Magen vernachlässigt hat, indem man ständig sich satt gegessen und getrunken hat. Und was daraus entsteht, weil man die Hochmut entsteht, durch das ständige Sattessen und das ständige Vollsein. Und dann sagt er, wenn doch der Diener seinen Nefs, diese Triebseele etwas erniedrigt hätte durch Hunger, mit Hunger ist hier das Fasten gemeint, und hätte er dadurch die Kanäle gemeint sind, die Adern eingeengt hätte für den Schaitan. Wir wissen, dass es im Hadith heißt, dass der Schaitan durch den Menschen läuft, so wie das Blut durch Adern. Und er sagt hier, wenn er doch sich erniedrigt hätte durch das Fasten, seine Nefs erniedrigt hätte durch das Fasten und die Kanäle dem Schaitan enger gemacht hätte, weil durch das Fasten die Adern enger werden, dann würde dein Nefs gehorsamer sein zu Allah. Aber wenn sie ständig satt ist und immer befriedigt wird in alles, was sie möchte, was passiert, sie wird hochmütig. Und hätte sie nicht verfolgt, den Weg des Hochmuts und dieses Auflehnliche, und hätte er sich nicht ziehen lassen, in das Vertiefen des Diesseits mit all ihren Genüssen, und hätte er doch auch nicht vorgezogen, die schnell eintreffende, das Diesseits ist gemeint, und ging über die Akhira, und hätte er doch nicht, da steckt das Wort Kelb drin, also wie ein Besessener sich draufgestürzt auf das Diesseits Alad Dunya. Also hier kurz im Vorwort erwähnt er einfach, wie schlimm es ist, sich ständig den Gelüsten freien Lauf zu lassen, sei es im Essen, sei es im Trinken, sei es im Geschlechtsverkehr, sei es im Hab und Gut aneignen, bis die Nefs eine Stufe erreicht, dass sie übertreibt und in Ungerechtigkeit fällt, und wie gesagt, das Hab und Gut der Anderen im Anblick hat, und von ihnen möchte, und so weiter, und so fort. Er sagte, wenn er sie doch erniedrigt hätte, durch Fasten, und dann wären seine Adern enger geworden, und dann hätte sie ihm gehorcht, und wäre diesen Weg der Auflehnlichkeit, oder des Auflehnens, und der Hochmut nicht gefolgt, würde es ihm, würde es ihm viel, viel besser gehen, und das ist der Mensch und das Gelüst des Essens und des Trinkens, und ich verweise ein drittes Mal darauf hin, was sehr bemerkenswert ist, hier betrachtet vom Autor ist, dass was Adam und Eva letztendlich aus dem Paradies geworfen hat, war einfach das sogenannte Essen, oder das Gelüst zum Essen, es vermag harmlos klingeln, aber es ist ein Hinweis für uns Menschen, dass man aufpassen soll, mit diesem Gelüst. Das war unser erster Teil, inshallah und ta'ala folgen weitere, hadhaullahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alameen.